So, herzlich willkommen zu einer... Weit... zu schade. Weiteren Folge, Neck. Das ging gerade gehörig schief, aber egal. Wow. Warum ist das hier so rot? Oh, kacke. Das sehe ich ja eigentlich gerade erst jetzt. Ich finde, man sieht irgendwie... So, jetzt eher weniger, aber hier sieht man so aus irgendwie wie so ein Römer. Unten dieser Rock... Wie so eine richtige Rüstung sieht das irgendwie aus. Er ist schnell zu erledigen, aber der ist auch unglaublich stark halt, ne? Komm, ich möchte das auch gerne schaffen. Auf dem dünnen jetzt? Wenn man das hier, was hier alles ist, so als Relikt benutzen... Boah... Könnte. Alter, wie riesig wäre der Neck, bitte. Ich... Ich... Aua. Oh, Gott. Na klar. Äh, da lang. Ich hab's... So, ein bisschen warten. Warum muss Neck eigentlich blinzeln? Das hab ich grad gesehen. Boah! Leben. Relikte aber ganz dringend. Bitte. Aber super dringend. Oh ne, schon wieder von denen. Sehr schön. Ich bin ja noch größer geworden jetzt. Ich bin ja größer als die. Die anderen gucken nur hinterher. Was macht der Roboter da hinten? Ich dachte, der läuft auch weg, aber... Ach, schön. Das macht richtig Bock. Krank. Hallo. Alter, wie riesig. Sehr schön gezeichnet. Boah! Alter, wie gemein. Neue Kräfte, ha? Neue Kräfte, ha? Das wäre mal interessant zu wissen. Oder je größer die Relikte, desto größer auch ein Neck. Stark sind sie immer noch. Was ist das? Big Mama. Alter, was ist das eigentlich für ein Trümmer gerade gewesen? Habe ich mich echt erschrocken. Gehst du dann nichts an und durch so ein Tor und da steht so ein Fettsack da. Sieht man den schon durchs Tor? Ja. Aber den habe ich gar nicht... Aua. Realisiert. Die werden immer größer, ey. Au. Von beiden Seiten. Ich brauche Rekte. Danke. Ich glaube, hier ist es eigentlich besser, wenn man kleiner ist. Man hat zwar nicht die Kraft, gegen die Großen dann... An... Aua. Anzukommen. Aber man kommt hier leichter durch, wenn man auch nicht so schnell gesehen wird, glaube ich. Ah, noch mehr. Schön. Da hoch? Es ist bald soweit. Das wird gehen. Hey, warum so klein? Das wird gehen. Nice. Wow. Ich hoffe, meine Relikte zu zerfressen. Die brauche ich noch. Denke ich mal. Oh Mann, dass der ruckelt bei Zwischensequenzen, das ärgert mich. Aber ist das bei Infamous auch so? Ich weiß es nicht. Muss ich mal drauf achten. Wow. So, ich möchte noch Riesenrelikte haben. Das sieht doch echt aus wie so eine Römerrüstung, oder? Unten an der Taille speziell. Alter, das sieht schon so krank aus. Ich hätte die Füße voll geil gemacht. Neck das kleine Riesenmonster. Oh, hi. Sehr schön. Super, da komme ich hoch. Hier komme ich auch hoch. Da komme ich auch hoch. Noch einer. Alter. Da versucht man schon so. Na gut, da lang. Merkt eigentlich diese Riesenkugel nicht, dass wir hier sind, weil ich meine, wir ziehen, machen hier alles kaputt und tun, äh, überall Relikte klauen. Äh. Mein Dingens ist nicht mehr zensiert. Ach, da ist ja jemand. Hallo. Hallo. Wenn der Doc mal diese Größe sehen könnte, wenn der Doc mal diese Größe sehen könnte, von den ganzen, äh, Viechern auch hier, der würde einen Wissensorgasmus bekommen, glaube ich. Jawohl. Da ist sie. Wo ist Victor eigentlich, in der Kugel? Kapitel 13. Wir sind schon lange Kapitel 13. Äh. Oh, oh. Nächste Folge. Hui.